Liebe geneigten Leser von Sport4Final, heute berichtet Sportredakteur Frank Zepp live aus der Stadthalle von Wien vom entscheidenden Spiel zwischen Kroatien und Deutschland um den Einzug ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaft. Die Ausgangspositionen sind klar, gewinnt Deutschland, hat das Team von Bundestrainer Christian Krokop alle Chancen für den Einzug. In die Runde der letzten vier geht das Match verloren, kann Deutschland nicht mehr aus eigener Kraft den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft schaffen. Spannung ist angesagt, wir freuen uns und hoffentlich sehen wir uns dann auch wieder in der Stadthalle und beim Lesen des Spielberichtes. Machen Sie es gut, tschüss!